Hallo, Polizei. Hier spricht Gunter Griebel, der Kommissar, der den Mord an Hans Joachim Hauser bearbeitet. Ja genau, Fabel. Ich muss den sprechen. Was will denn der so spät? Eine Aussage im Hauser-Mord machen? Die meinte, dass es so klang, als hätte er total Angst. Fünf Minuten früher und wir hätten ihn gehabt. Lieber den Liedermacher. Rote Haare und die rote Farbe, mit der er seine Opfer besprüht, bevor er sie skalpiert. Es sind die Haare von einem Mann und sie sind alles andere als frisch. Was heißt frisch? Das heißt, dass sie vor 20 bis 40 Jahren abgeschnitten wurden. Hans Joachim Hauser. Auf einer Demo über den Ausbau des Atomkraftwerks Elbe 2. Mach mit dem mal größer. Vor circa 30 Jahren hat die Gruppe Mühlaus die Verantwortung für das Attentat auf Theodor Wiedler übernommen. Und sie hatten eine gemeinsame Bekannte, Beate Brandt 63. Was möchte Mutterstadt von uns? Es geht um zwei tote Bekannte von ihm. Griebel hat mich kurz vor seinem Tod versucht zu erreichen. Wer ist hinter den ehemaligen Mitgliedern der Gruppe her? Sie haben Franz Mühlaus geliebt. Ja und? Warum mussten die zwei sterben? Weil es vorbestimmt ist. Durch unser Tun. Du wirst mich nicht stoppen, Fabel. Terrorismus in Deutschland ist immer eine Geschichte der Täter. Die Revolution frisst nicht ihre Kinder, sondern sie hinterlässt ihnen den Müll. Wir waren Visionäre, keine Terroristen. Sie können sich von mir aus hier gerne weiter abfeiern. Nur wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen dabei die Kopfhaut abgezogen wird. Er weiß, was er tut. Er weiß es genau. Einen Mord noch, hat er gesagt, dann ist es vorbei. Dann halbe ich das Negativ. Mein Kind, das alles gesehen hat. Und du wirst mich nicht stoppen, Fabel. Für mich. Ja. ARD Text im Auftrag von Funk